Von Nikitas, einem Bischof oder Papst, der Burgumileng sind keine Lebensdaten bekannt, vielleicht war er der Bischof der Sekte in Konstantinopel. Um das Jahr 1160 erscheint er in der Lombardei um das Konsolamentum, das einzige Sakrament der Katara, zu spenden oder zu erneuern und um den dualistischen Glauben zu stärken. Soweit man weiß, gehörte Nikitas einer strengen Glaubensrichtung innerhalb der Burgumileng, den sogenannten Dragoviten, an. Die sich auf ihren Gründer Simon von Dragovitien beriefen. Der Führer der Lombardischen Ketzer, ein gewisser Markus, war hingegen ein eher gemäßigter Dualist. Konzil von Saint-Felix-de-Karamann Im Jahre 1167 erscheint Nikitas auf einem Katara-Konzil in Saint-Felix-de-Karamann, bei dem möglicherweise über 100 Teilnehmer anwesend waren. Darunter befanden sich Robert der Pönnen, Bischof der Franzosen, D. H. Nordfrankreichs. Markus, Bischof der Lombardei, D. H. Italiens. C. K. Zellaria, Bischof von Albi. Bernhard Raimond, Bischof von Tulaus. Gairaud Mercier, Bischof von Carcassonne. Raimond de Casals, Bischof von Agen. Von den Ergebnissen des Konzils weiß man wiederum wenig, außer dass eine gewisse Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Katara-Bistümer anerkannt wurde. Darüber hinaus wurden Schiedsrichter benannt, die die Einflussbereiche der verschiedenen Katara-Bistümer im Süden Frankreichs festlegen und überwachen sollten. Einige Jahre später erschien ein gewisser Petratius in Italien und ließ Zweifel am moralischen Verhalten Simons von Dragovizien und damit an der Rechtmäßigkeit oder der Wirksamkeit der von Nikitas gespendeten bzw. erneuerten Konsolamenta-Aufkommen. Für die Ketzer-Bewegung Italiens bedeutete dies eine tiefgreifende Spaltung. Für die Ketzer-Bewegung Italiens bedeutete dies eine tiefgreifende Spaltung.